Bei einem Gleitwirbel oder einer sogenannten Spondylolisthese handelt es sich um ein Verschieben eines Wirbels zu einem anderen. Meist betrifft dies die Lendenwirbelsäule und hier insbesondere den fünften Lendenwirbel zum ersten Kreuzbeinwirbel. Durch dieses Gleiten können Einengungen von Nerven stattfinden und dies wiederum kann Beschwerden verursachen. Untertitelung des ZDF, 2020